Oh, ich hab ne Axt gefunden hier oben. Ich kann was schreiben. Ich hab keinen Platz. Ich hab keinen Platz verdammt nochmal. Wieso hab ich keinen Platz? Ist er jetzt? Haha, geil. Marius, komm nach mir. Moment gleich, ich hab die Taschenlampe gibt's drauf, das ist mir hell genug nachts. Hier bin ich. Ja, Moment. Erstmal die Waffe nehmen, gell? Natürlich. Hallo, meine Waffe. Wann hast du die Spitzhacke? Die lag da hinten. Scheinbar liegt hier oben alles. Ja, guck mal, hier an der Wand. Ja? Ist so ein Papier, drück da mal auf Right. Ich glaube, du siehst, was ich geschrieben habe. Ja, wild. Ich kenn Jens seine Nummer nicht. Ich nenn jetzt 411. Ich kennst Jens seine Nummer nicht. Ja. 551. Achso. Hey, du hast deine Taschenlampe auch weggeschmissen. Hast du dir die Axt genommen? Nein. Doch, die Axt li- Hä? Hier hinten liegen 2 Taschenlampen und die Axt ist weg. Ja, die Axt hab ich mir genommen. Und ich hab die Taschenlampen, ich hab noch ne Torch, ne Chocolate Bar, Apple Juice und ne Pick. Achso. Ist doch scheiße, dass man nur 4 Sachen nehmen kann. Das ist eh schlau mir, die Waffe zu geben, weil ich überhaupt nicht schießen kann. Sehr langweilig, da unten ist überhaupt kein Zombie. Doch. Ich seh keinen. Ja, raus jetzt. Du schweißt die Arme nach oben, wenn du die Leitersonder gehst. Huiiii. Ah ja, hier voll Achterbahn und so. Verdammt. Ich fände hier aber kein Leben. Aber es hat extrem schmerzhaft geklungen. Ah ja, passiert. Und wenn, kann ich auch nicht. Ich hab jetzt eine Waffe, vielleicht kann ich den Baum abschießen. Oh, hier ist ne Blume. Oh, wie schön. Was kann ich denn mit einer Pick machen? Weiß ich nicht, was kann ich mit der Waffe machen? Aua. Ich hab keinen Schaden bekommen. Echt nicht? Nö. Hier ist Blut auf dem Boden. Du kannst bestimmt in ne Mine gehen, weil du kannst ja meinen Stand da. Aber wo ist hier ne Mine, das ist die Frage. Oh, da liegt irgendwas. Pick Berries. Nimm mal, kannst du dich heilen mit. Nee, kann ich nicht nehmen. Dann esse ich jetzt meine Schokolade und dann esse ich ja gleich die Bärwins. Wie esse ich die? So. Alter, die Schokolade. Ja. Schokolade hat's jetzt echt Gipsach. Wahrscheinlich waren die jetzt giftig. Hä? Fünf Prozent, oder? Ja, kann sein. Oh, hier liegt auch irgendwas. Oh, hier sind Steine. Vielleicht kannst du die abbauen. Wo? Ja, so Minimalsteine. Aber vielleicht funktioniert es ja. Du bist voll weiß. Das ganze Spielbeweg ist da ziemlich farblos bei mir. Nö, kann ich nicht. Hallo? 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 Was ist eigentlich der Sinn des Spiels? Keine Ahnung. Funktioniert hier überhaupt irgendwas, Cloud? Versuch mal den Leuchtturm abzubauen. Ich versuch mal einen Zombie zu finden und erschießen mit der Waffe. Ja, hinter dem Leuchtturm müsste einer sein. Wenn die tagsüber überleben. Naja, ich hab einen. Ich hab ihn gefunden. Oh, toll. Der Alte, dass du zu schießen, funktioniert schon mal ganz gut. Mal die Leiche plündern, nur. Und mal hinten ist noch mehr Busch. Guck mal, ob in dem Busch was liegt. Und, kannst du den Leuchtturm abbauen? Versuche, Moment. Oh, Gott, ist das hell. Es wäre auch schön, wenn irgendwo hier Munition liegen. Oh, Berries. Geil. Kann ich essen. Om nom 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 nom. So, jetzt sinken wir ein bisschen Apfelsaft. Kann sein, dass du PvP ausgemacht hast. Nein. Eigentlich nicht. Kann ja nämlich der Grund sein, dass wir uns nicht töten können. Also, ein Leuchtturm kann ich immer nicht abbauen. Was kann man hier überhaupt? Was ist der Sinn des Spiels? Ich hab keine Ahnung. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir wissen es bis jetzt nicht. Vielleicht finden wir es ja noch raus. Ach man, ja. Zombies abschießen ist ja schon ganz lustig. Aber das kann ja nicht der einzigste Sinn des Spiels sein. Oh, da ist noch einer. Boah, jetzt auf die Entfernung. Ich bin stolz auf ihn. Hat er sich überhaupt bewegt? Nö. Jo, kannst du richtig stolz auf dich sein. Oh, ich hab Batteries gefunden. Mit denen kann man bestimmt irgendwas. Was hast du gefunden? Batteries. Batterien. Ach, Batterien. Guck mal, hier ist ein Golfball. Kannst du ihn aufheben? Nee. Da hinten ist ein Haus. Vielleicht ist es irgendeine Hütte. Vielleicht wohnen wir da. Vielleicht sind da ja auch Informationen, was wir hier überhaupt machen. Vielleicht sind wir auch in einem Sommerurlaub, um Golf zu spielen. Ja, stimmt. Und das Spiel geht nach dem Sommerurlaub weiter. Gibt es hier? Moldi Potato. Ich hab Potato gefunden. Ist schon scheiße. Ich sammle nämlich gerade alles ein. Und da hinten läuft es einfach rum. Nichts nachdem, du wärst ein Zombie. Ich hab schon auf dich gezielt. So wie auf den da. Wenn du schießt, gibt es immer so Lichtball, ey. Echt? Hallo, kannst du dich irgendwie untersuchen, du? Ich hab auch keine Munition mehr, das ist scheiße. Ich hab keine Lust mehr. Oh, Alter, jetzt wo ich keine Munition mehr hab, steht hier ein Tier. Komm mal her, Paul, wir erschlagen das Tier. Warte, ich hab eine Spitzhage damit, ganz schnell. Achtung, Zombie, neben dir. Ich weiß. Mach erstmal den Zombie fertig. Das Tier flüchtet. Mach erstmal den Zombie fertig. So, jetzt Tier. Schleichen, Paul, schleichen. Wie geht das? Dix. Da sind noch viel mehr Zombies. Es läuft weg, das Vieh. Ich brauche meine Waffe. Schade, dass die jetzt leer ist. Also, Paul, gehen wir zum Haus, dann kommen wahrscheinlich alle Zombies auf uns zu. Und wir müssen einfach nur noch überleben. Wo ist das Tier jetzt hin? Es läuft bei dir weg. Tier weggerannt. Hä? Wo ist denn das? Oh, Marius, du hast das Tier vertrieben. Du mein Lass. Da ist es. Hab ich überhaupt noch irgendwas im Inventar? Batteries, was will ich mit Batteries? Und Duct Tape, Crafting. Alter! Was denn? Vor allem, er rennt das Vieh, stimmst mich durch. Ist es auf dich losgegangen? Nee. Ich war noch voll weit weg, vor allem, er rennt das los, voll durch mich durch. Hast du das umgebsagt? Nein. Mann. Egal, gehen wir ins Haus. Wenn wir von hinten ins Haus reingehen, sehen wir uns die Zombies nicht. Was hab ich denn hier gefunden? Oh, Barbies. Ich hab Bullets gefunden. Bullets, Achtung, Hund. Was sind Bullets? Hier, Bullets-Patronen. Oh, wo? Auf der Waschmaschine. Sorry, no space. Ich hab... Paul, komm mal her. Äh, nimm mal das. Nimm mal das. Nimm mal das. Sorry, no space. Oder wir lassen's einfach hier liegen. Vielleicht kann man damit irgendwie craften oder so'n Scheiß. Oder lad mal nach, vielleicht hast du dann wieder einen Slot frei. Willi, ja, aber wie geht'n das? Mit R, ähm, T. Ja, lass so so leicht. So, T gedrückt halten und dann, ähm, äh, nachladen. Also Mitte. Mitte? Nix Mitte. Gut, ich nix. Ich kann super, was ich will und es lädt sich nicht. Ah. Oh, jetzt ist noch ne Waffe. Dann nimm dir die. Ich hab ne Cola-Dose davon. Ein Colt oder ne... ...Eva-Action? Ah, Zombie hinter mir. Ich komm zu dir. Du hast ne Axt. Wenn ich auf den Einschlag, ist bestimmt kaum was. Weil es sind auch zwei. Verdammt. Es sind drei. Ja, und ich hab meine Waffe und mit der Waffe in der Hand kannst du wohl nicht schlagen, wie ich eben erfahren habe. Was, was passiert? Home? Was passiert, wenn ich jetzt Home zück und was passiert, wenn ich jetzt Spawn zück? Ich zück gleich mal Home. Ja, jetzt zück Home, da läuft so ein Timer. Vielleicht komm ich dann ins Mainmenü? What the fuck, wo bin ich? Keine Ahnung, ich sehe dich doch nicht. Alter, jetzt bin ich so weit weg von dir. Ich meine, hab ich gesagt, die Standard. Ja. Wahrscheinlich da, wo. Immerhin hab ich keinen Hunger und keinen Durst. Wie kann ich denn? Alter, hier sind Autos. Geil. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber da sind Autos und zwei Zombies. Scheiße. Das ist ein richtiges Zombie-Dorf, wo ich hier bin. Man kann sogar skillen. Ja, ich hab's gesehen. Alter, wiegst du, was ist denn diese Mads, bitte? Vielleicht gibt's hier irgendwo Sucksäcke, dann kannst du vielleicht mehr mitnehmen. So. Alter. Dazu gibt es auch noch eine Stadt. Alter, zwei Städte. Hier ist eine, dazu gibt es eine. Und irgendwo ist der Paul. Da ist eine Psycke, ne, elendlange über den Fluss. Und da ist noch eine Stadt. Alter. Ich hab' ne Hose und ne Hudi. Du sackst siehst dich erstmal an, während ich irgendwo in der Wildnis überleben muss. Schon klar. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ja, ich auch nicht. Ich glaub mir jetzt ein Auto und fahr'n bisschen so, bis ich dich gefunden hab. Also ich hoff', dass ich's zumindest bis zum Auto überlebe. Oh, ein Zombie. Hallo, Zombie. Iiiiihie. Nein, hier ist auch nicht zu zwecken. Alter, ich hab' schon 70% Leben gegen ein Zombie verloren. Wo bist du denn? Das wüsste ich auch gerne, aber da drüben steht ein Auto. Auto. Wenn ich... Ja. Ja, ich bin hier... Bei mir sind auch 1000 Städte um. 1000 Städte. Versuch' mich jetzt ans Auto... Bist du irgendwas hier gespawnt? Versuch' mich... Nicht direkt. Versuch' mich jetzt gerade ans Auto dann zu schleichen, ohne dass der blöde Hund mich bemerkt. Und jetzt will ich abhauen, ohne dass der blöde Hund mich bemerkt. Nö, jetzt wird ich im Auto drin. Jetzt muss ich aber durch die Stadt fahren, wo wir wetten, 1000 Zombies gleich kommen. Ja, ich hatte recht. Die wollen alle zu mir. Nö, das funktioniert ganz gut hier durchzufahren. Ich hab'n Zombie überfahren. Alter. Da ist so schwarzer Qualm, ich seh' kaum, wo ich hinfahre, weil das Auto so scheiße qualmt. Da wird er kaputt gemacht. Da ist auch kaum Spritzen, scheiße. Oh, ein Zombie. Schleif doch mal über ihn. Alter, das tut ihm den Augen weh. Ich bin wieder zu Paul. Es war so lustig. Ich würde gerne mal wissen, wie es mal irgendwie... Ist es ne Karte oder sowas gibt? Such einfach mal alle Tassen, vielleicht findest du hier rein. Oh, da ist ein Bauern im Hof. Alter, das tut ihm den Augen weh. Das tut mir leid für alle, die dieses Bild-App lagen müssen. Reload, Crawl, Crouch, Fire-Mode... Attachments. Das heißt nochmal Attachments auf Deutsch. Achso. Ah, ein Zombie. Wenn alle Zombies mit dich bekommen kann im Auto. Was ist das? Ich bin dem nächsten doch gelandet. Was ist denn die Post? Einflügen, Entfernen, Post 1, Ende... Irgendeine von denen. Ich weiß es nicht mehr genau. Nein, ich hab keinen Sprit mehr. Verdammt. Soviel zu meinem Ausflug aufs Land. Und da kommen zwei Zombies auf mich zu. Ja, geil. Also, ich... Sie spawnen gleich wieder. Hallo? 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 Oh, ich bin bei dir irgendwo. K. Was ist mit K? Sieg auch mal K. Nix ist mit K. Hi. Wurde dir das angezeigt? Was? Was ich Hi geschrieben hab? Äh... Nö, ich seh nix. Jetzt? Ja, jetzt seh ich was. Wie hast du's gemacht? Was? Wie du's gemacht hast? Ähm, mit... Ich hab mit... Ähm... L... ...den Chat ausgewählt, dann Enter gedrückt, dann geschrieben, und dann... ...nochmal Enter gedrückt. L, Enter... Ne, bei mir langt nur Enter für den Chat. Ja, das sind verschiedene Chat-Modes. Global, Local und Crew gibt's. Ah, man kann bestimmt auch so Ksuk gegen Ksuk machen. Das ist auch bestimmt cool. Ja. Steh dich. Ich hab noch irgendwas zu essen, ich hab nicht Hunger. Ah, ne, das sind Pateronen. Kann man halt essen. Naja, wenn wir hier schon ein Spiel mit Zombies haben, eigentlich müssen wir auch Zombies essen können, ne? Aber die haben ja... Die haben ja Sortenfleisch. Wie, no? Stimmt. Muss ich meinen Schokobar ja mal essen. Boah, wie der einfach... Okay. Ja, 15 Prozent. Geht. Wie kann ich... Wie kommt man dann hier zu irgendwas... Zu essen, zu, 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 zu trinken, zu was ist... Weiß ich nicht, aber ich... Ich war ja eben in der Stadt. Von daher könnte es sein, dass vielleicht die Stadt etwas sinnvoller ist, als so ein Outside-Golfplatz. Ich komm einfach mal zu dir und dann gucken. Hast du da hinten alles durchsucht in diesem Mongodorf? Relativ, ja. Ach, du hast was zum Anziehen? Ja, geil. Ich geh auch ins Mongodorf. Irgendwas liegt da bestimmt zum für mich. Weil ich hab ja gar nichts im Moment. Da liegen noch ein paar Waffen. Oh, Waffen sind schön. Zumindest gegen Zombies. In echt sind sie jetzt nicht schön. Ja, genau. Alles, was ich da hingeschmissen hab. So, und wahrscheinlich meine Pickaxe auch noch. Wahrscheinlich auch noch. Sollte man halt überlegen, was man davon mitmint und was man liegen lässt. Hier liegt nichts. Ich geh einfach durch alle Wohnungen mal durch. Hier liegt auch nichts. Da hinten liegt der ganze Scheiß, den ich da hingeschmissen hab. No Space. Wieso No Space? Ducktape und Batteries. Vielleicht kann man da was irgendwas craften. Weil da gibt's ja ein Crafting-Menü. Tempo bis aus. Ach so. Ach so. So, Crafting. Battery. Kennt ich denn die? Kennt ich die denn? Hä? Ach, man braucht auch ein Tool. Ach, das ist meine Waffe von da, wo ich gestorben bin. Nee, die will ich nicht. Die hat keine Ammo mehr. Ja, dann guck, im Haus, da liegt noch eine. Ja, die hab ich schon. Ich wollte beide mitnehmen. Wie kann ich denn was in das Crafting-Menü reintun? Ich hab keine Ahnung. Was sagst du nicht? Ich schmeiß jetzt einfach mal alles in die Hütte, wo du bist. Das ist jetzt so dein Lager erst mal. Das ist jetzt so dein Lager erst mal.